Erbprinz Alois Philipp Maria von und zu Lichtenstein Graf zu Rittberg ist amtsausführender Stellvertreter des Fürsten von Lichtenstein und Thronfolger. Die offizielle Titulatur des Erbprinzen lautet seine Durchlaucht Erbprinz Alois von und zu Lichtenstein. Leben Erbprinz Alois ist der älteste Sohn von Fürst Hans Adam II. Und der Fürsten Marie. Er wuchs im Schloss Vaduz auf. Wie sein Vater besuchte er die Primarschule von Vaduz und schloss das Gymnasium mit der Matura ab. Anschließend absolvierte er eine Offiziersausbildung an der Militärakademie Sandhurst, Großbritannien. Nach der Brevetierung zum Second Lieutenant leistete er während eines halben Jahres Dienst bei den Coldstream Guards in Hongkong und London. Anschließend studierte er Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg und schloss 1993 mit dem Magisterdiplom ab. Von September 1993 bis Mai 1996 arbeitete er bei einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen in London. Am 3. Juli 1993 heiratete er in der katholischen Kathedral- und Stadtpfarrkirche St. Florin zu Vaduz die 1967 geborene Sophie Herzogin in Bayern. Tochter von Max-Emmanuel Herzog in Bayern und Nichte des derzeitigen wittelsbachischen Familienoberhauptes Franz Herzog von Bayern. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Prinz Josef Wenzel Maximilian Maria von und zu Lichtenstein, Graf zu Riedberg, Sternchen 24. Mai 1995. Prinzessin Marie Caroline Elisabeth Immaculate von und zu Lichtenstein, Gräfin zu Riedberg, Sternchen 17. Oktober 1996. Prinz Georg Antonius Konstantin Maria von und zu Lichtenstein, Graf zu Riedberg, Sternchen 20. April 1999. Prinz Nikolaus Sebastian Alexander Maria von und zu Lichtenstein, Graf zu Riedberg, Sternchen 6. Dezember 2000. Alois Cousin V. Prinz Stefan von Lichtenstein ist lichtensteinischer Botschafter in Berlin. Offizielle Aufgaben. Nachdem er 1996 nach Vaduz zurückkehrte, verwaltete er Prinz Alois das fürstliche Privatvermögen. Am 16. August 2004 übernahm er als amtsausführender Stellvertreter des Landes Fürsten die Regierungsgeschäfte. Titel Anrede und Wappen. Der volle Titel des Erbprinzen gemäß dem lichtensteinischen Hausgesetz ist Erbprinz von und zu Lichtenstein, Graf zu Riedberg. Alle Mitglieder des Fürstenhauses Lichtenstein haben die Anrede durchlaucht und führen das Wappen der fürstlichen Familie. Seine Gattin hat abweichend vom Hausgesetz die Höflichkeitsanrede ihrer königliche Hoheit. Da sie aus dem vormals regierenden königlichen Haus Wittelsbach stammt und daher protokollarisch in höherem Rang steht. Auszeichnungen 2000 Großes goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich. 2011 Kirlane Verdienstorden pro Merito militen sie Vorfahren